Okay, Capital Bra, Farad Bang, Contra K, Mbappé. Mal schauen, ob der Song es schafft. Es ist gerade früh morgens, ich will ein bisschen trainieren gleich. Mal gucken, ob der mehr genug Power gibt, zum ein bisschen Pumpen. Also ich mache jetzt quasi den Pump-Test. So, ja. Okay. Ey, es ist noch keine 10 Numbers. Was? Es ist noch keine 10? Nee, muss ich noch mal einen hören. Das hat sich gar nicht so schlecht angehört. Das gefällt mir. Ist okay. Ah, so. Ey, es ist schon keine 10 Numbers. Ich fahre einen Gibrabus. Okay, gib mir den Beat. Ach so, der Beat ist ja schon an. Ist der Beat? Ja. Drei, zwei. Halbe Mio lass ich bei KT. An meinem Hals den kleinen Arm geh. Du redest über mich in deinem Kaffee. Kapitales Killer Nimbappé. Dribbel, Dribbel, so wie Killer Nimbappé. Äh. Entschuldigung, ich musste ja echt lachen irgendwie. Aber ich finde es witzig irgendwie. Also jetzt gar nicht so. Ich habe nicht gedacht, dass der irgendwie. Ja, ich finde das Video ganz gut. Dribbel, Dribbel, so wie Killer Nimbappé. Dribbel, Dribbel, so wie Killer Nimbappé. Berlin ist meine Heimat. Von uns hat es keiner einfach. Heul ich schon. Sag Bayern und sag Eintracht. Wenn wir kommen, halt den Ball flach. Ich f piesing, den du kennst. Wir tragen keine Vans. Okay, jetzt ist die Frage, Union oder Hertha? Das ist ja die Frage irgendwie. So, jetzt gibt es aber einen Pumptest. Ja, geht so. Was für Gangster ihr seid, Heusler, was für Dealer ihr seid, Läufer, wir sind Kämpfer, Juri Beiker, ich kauf Klicks, wir kaufen Häuser, ich fick. Also so der Rhythmus und so, das gefällt mir echt gut. Also das Lied so ist echt nicht schlecht. Also so vom Feeling her so irgendwie. Okay, ähm, ja, Fahrrad Bang. Nicht ganz so mein Ding irgendwie, denke ich. Also ich fand das jetzt Capital Bra irgendwie besser so, das, vor allem den Refrain fand ich richtig geil. Okay, also die Zahlen 50%, was? Schutzgeld? Und, ja, okay. Egal. Ähm, Pumptest 2. Ja. Ähm. Ja. 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 Oh, Kontra K. Ja, er kämpft alleine gegen 3, oder? Doch, ihm trau ich das zu. Oh, jetzt tut mir der Bizeps schon weh. So muss es sein. Okay, jetzt machen wir Kontra K. Pump-Test. Okay, doch, funktioniert ganz gut. Sehr russisch, Teil davon. Okay, irgendwas wusste ich, aber ich wusste jetzt nicht russisch oder keine Ahnung was. Die kidnapten deinen Hacker und die Klicks werden teurer und wer weiß, der weiß schon wie's gemeint ist. Halbe Mio lass ich bei K.T. An meinem Hals hängt ein AMG. Du redest über mich in dein Café. Kapitalist Kellnern, Hamilton, Dribbel, Dribbel Sovikychellnern, Dribbel, Dribbel Sovikandon, Dribbel, Dribbel Sovik頭, Dribbel, Dribbel Sovikillnern, Drabbel, Dribbel Dribbel, Drabbel, Drabbel ein Bild rein, ja, nehmen wir das Bild, okay, also ich finde den Rhythmus gut, und Text habe ich jetzt nicht so, ich habe ihn vorher mal durchgelesen, aber ja, okay, und Rhythmus fand ich richtig gut, also so richtig zum Power kriegen, mitmachen, trainieren, bestimmt auch gut, habe ich ja ausprobiert, gibt auf jeden Fall Power und so ein Rhythmus, ein geiler Rhythmus da drin, so, ne, irgendwie, gut, war okay für mich, so, wirklich, gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, tschüss. Bis zum nächsten Mal.